...hunderte Beschützstanz! Ungefähr fünf Jahre, um genau zu sein. Nun richtet alle Augen auf die Kriegerin, der die zwei Himmel offen stehen. Sachmet, die... Und sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen, wird Isfett die Unheilvolle, die Göttin Sachmet, vernichten. Und... Yarmu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt. Aber... Sind eure Herzen rein, wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten des Chaos! Lass sie den Kampf beginnen! Istfett erneut unterwerfen! Seit undenklichen Zeiten hat Sachmet die Löwin uns schon von Isfetts Gier belütet. Und welcher ist Isfett? Isfett war einst die Gefährtin von Ma'at, der Göttin der Ordnung. Sie manipulierte ihre Waagschaden und fraß sich fett an den Seelen der Sterblichen! Lass mich für dich kämpfen, Onkel Bayek! Erwandte sie aus ihrem Gerechtssaal, doch vor Hunger kehrte sie zurück. Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie nicht durch die Tür. Du schaffst das! Ihr Kampf währte schon 20 Tage und Nächte, bevor Sachmet die Herren des Chaos unterwarf. Die Waffe brechst mit dem Feuer der Sachmet! Mit Sachmet, kämpfe für dein Leben! Das Chaos zurück! Sachmet's Macht führt deine Hand! Die Fänge der Löwin zerreißen die Dunkelheit! Onkel Bayek ist ein guter Kämpfer! Ich hab ihn schon mal kämpfen sehen! Der Kämpfer der Sachmet, den Kämpfer der Sachmet! Seht! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet! Der Kämpfer der Sachmet! Bringt das Chaos zurück! Schau doch mit Meilen! Erreißen die Dunkelheit! Seht! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet! Der Kämpfer der Sachmet! Er ist hier verkauft! Wir sind hier verknüpft! Der Kämpfer der Sachmet! Er ist hier verknüpft! Sachmet's Macht führt deine Hand! Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Sei vorsichtig, Angel. Isfad ist da. Seht! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Sachmets Macht führt deine Hand. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Sachmets Macht führt deine Hand. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Seht! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Sei vorsichtig, Angel. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Seht! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Seht! 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 Die Fänge der Löwen! Seht! Seht! Gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich. Die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Isfeth war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außerhalb von Yammu. Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Yammu, wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. Behalte die Maske und den Stab der Göttin als bescheidenes Zeichen unseres Respekts. Behalte die Maske und den Stab der Göttin. Behalte die Maske und den Stab der Göttin. Behalte die Maske und den Stab der Göttin. Wie steht das, diese Maske und die Maske. Ihm so, ja. Ja! 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 Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020